Und wir gehen jetzt live nach London zum Extremismus- und Terrorforscher Peter Neumann. Guten Abend. Guten Abend, Herr Wolf. Herr Professor Neumann, nach 9-11 vor 20 Jahren sind die USA in Afghanistan einmarschiert, weil die Taliban Al-Qaida und Osama Bin Laden beherbergt hatten. Aber was war denn eigentlich das Ziel dieses Einmarsches, der letztlich zwei Jahrzehnte lang gedauert hat? Ja, das ist Teil des Problems. Das Ziel hat sich gewandelt und war im Laufe der Zeit niemals so richtig klar. Am Anfang, das haben Sie richtig gesagt, ist man reingegangen, um Al-Qaida zu bekämpfen. Das hat man auch geschafft. Die Trainingslager wurden zerstört. Und dann 2002, 2003 hat sich die Mission so ein bisschen gewandelt. Und viele Europäer haben gesagt, wir müssen jetzt zusätzlich zur Terrorbekämpfung noch einen Staat aufbauen hier. Wir müssen dieses Land stabilisieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Taliban niemals zurückkommen. Und an dieser Mission ist man letztlich gescheitert. Und das hat 20 Jahre gedauert, bis man dieses Scheitern im Prinzip voll verstanden hat. Nun, vor wenigen Wochen noch hat Joe Biden gesagt, die Taliban werden das Land nicht übernehmen. Wie kann es denn nach 20 Jahren, in denen die USA derartig präsent waren, mit vielen 10.000 Soldaten, mit den besten und größten Geheimdiensten der Welt, das afghanische Militär ausgerüstet hat, trainiert hat, überhaupt erst gebildet hat, wie kann es da zu so einer Fehleinschätzung kommen? Also ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite hat man sich das wirklich selber eingeredet. Man hat die eigene Lüge selbst geglaubt. Die Lüge, dass man stetige Fortschritte macht, dass man nur noch ein bisschen mehr ausbilden muss. Und dann sind die Afghanen irgendwann fähig, sich selbst zu verteidigen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Taliban wirklich eine sehr starke Offensive dieses Jahr vorgelegt haben. Sehr clevere Offensive. Und dass es sich herausgestellt hat, dass die afghanischen Streitkräfte ohne die Unterstützung des Westens im Prinzip nutzlos sind. Das lag zum einen am Westen, weil natürlich der Westen keine Unterstützung mehr gegeben hat aus der Luft. Es gab keine Aufklärung mehr. Aber das lag auch an den afghanischen Streitkräften und der afghanischen Regierung selbst. Eine Armee, die im Prinzip nur auf Papier existiert hat, die sehr korrupt war, die ethnisch nicht balanciert war und die letztlich nicht bereit zum Kämpfen war. Und das hat dazu geführt, dass letztlich dieser Staat implodiert ist. Aber heißt das, es gab nur eine Alternative? Entweder die westlichen Truppen bleiben in Afghanistan, was vor allem in den USA extrem unpopulär war. Oder die Taliban errichten wieder ihre Steinzeitdiktatur aus den 1990er Jahren. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man das ernsthaft und ehrlich analysiert, dann muss man sich eingestehen, dass diese westliche Unterstützung schon dieses Gleichgewicht der Kräfte so aufrechterhalten hat, dass letztlich die Antitaliban-Opposition oder die afghanische Regierung überlebt hat. Und dass ohne diese Unterstützung diese afghanische Regierung, die der Westen geschaffen hat, nicht zum Überleben fähig gewesen wäre. Das heißt, ja, ohne die westlichen Truppen wäre es vielleicht schon viel früher, vielleicht vor zehn Jahren oder vielleicht vor 15 Jahren schon wieder zu einer Machtübernahme der Taliban gekommen. Und das ist ja auch das Argument, glaube ich, von Präsident Biden, dass das letztlich unverhinderbar war und dass es früher oder später so weit gekommen wäre. Jetzt gibt sich ja die aktuelle Taliban-Führung zumindest öffentlich relativ gemäßigt, sowohl bei den Verhandlungen in Doha letztes Jahr als auch jetzt, direkt nach der Einnahme von Kabul. Aber was ist denn von dieser vermeintlichen Mäßigung zu halten? Also es ist sehr interessant. Und wir werden in den nächsten ein, zwei Jahren sehen, was daraus wird. Ich glaube, es gibt tatsächlich innerhalb der Taliban eine Art Konfliktlinie. Es gibt Leute, die sind jetzt zum Beispiel in Doha und verhandeln an der Führung der Taliban. Die sind durchaus pragmatisch. Die haben auch aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Und die wissen, wir können dieses Programm, das wir vor 25 Jahren umgesetzt haben, das können wir nicht auf einmal durchsetzen. Und das können wir besonders nicht dann durchsetzen, wenn wir unter verschärfter Beobachtung des Westens stehen. Das sind die Pragmatiker. Es gibt aber auch Kommandeure, die sehr ideologisch drauf sind und die damit nicht einverstanden sind. Momentan haben die Pragmatiker die Oberhand. Aber ob das so bleibt, wird man in den nächsten Monaten und Jahren sehen. Momentan ist es allerdings schon so. Die Pragmatiker sagen, wir sind ideologisch, haben uns nicht verändert, aber wir setzen das vorsichtiger um. Jetzt haben die USA in den letzten Jahren ja das afghanische Militär ganz, ganz, ganz massiv aufgerüstet mit über 80 Milliarden Dollar, mit hunderten Panzern, dutzenden Hubschraubern, Drohnen, Flugzeugen. Das alles fällt jetzt in die Hand der Taliban, die jetzt wohl die best ausgerüstete Islamistengruppe der Welt sind. Wie gefährlich ist das? Ich glaube, das ist durchaus gefährlich, wie Sie richtig sagen. Es gibt keine islamistische Gruppe in der Welt, die besser ausgerüstet ist heute als die Taliban. Die Taliban haben im Prinzip 80 Milliarden Militärequipment aus Amerika in ihre Hände bekommen. Auf der anderen Seite muss man natürlich wissen, dass die Taliban letztlich doch eine islamistische Gruppe sind, aber eine Gruppe sind, deren Betätigungsfeld sich sehr stark beschränkt, nämlich Afghanistan und Pakistan. Sie haben keine globalen Ambitionen, sie sind nicht der sogenannte islamische Staat. Und deswegen denke ich, dass die Konsequenzen vor allem in der Region offensichtlich werden. Da werden Waffen verloren gehen, da werden Waffen verkauft werden, da werden Waffen auch übergeben werden. Aber ich glaube nicht, dass diese Waffen dann plötzlich in Afrika oder in Europa oder im Mittleren Osten auftauchen werden. Dafür sind die Taliban gewissermaßen zu provinziell. Letzte Frage noch. Wie wahrscheinlich ist es, dass Afghanistan wieder zu einem Rückzugsgebiet für islamistische Terrorgruppen wird, wie die Al-Qaida oder den IS? Ich glaube unmittelbar nicht. Die Taliban haben die Lektion aus der Vergangenheit gelernt. Sie verstehen, dass sie letztlich letztes Mal vor 20 Jahren die Macht verloren haben, weil sie Gruppen wie Al-Qaida einen systematischen Unterschlupf gewährt haben. Das heißt, sie werden das diesmal nicht wollen. Und sie sind auch sehr stark. Sie fühlen sich auch sehr stark. Sie brauchen die Unterstützung dieser Gruppen nicht. Deswegen für die erste Zeit glaube ich, dass es dumm von den Taliban wäre, das jetzt zuzulassen. Also die Drohungen sehe ich nicht. Ich glaube eher, dass das, was in Afghanistan passiert ist, so eine Art Boost ist, so eine Ermutigung für andere Dschihadisten in anderen Teilen der Welt, jetzt es den Taliban nachzumachen. Herr Professor Neumann, vielen Dank für diese Analyse live aus London.